Und damit ein ganz herzliches Willkommen auch hier auf der Rhein-Ruhr-Map mal wieder zu einem kleinen Übersichtsvideo. Ja, ich mache mal ein kleines Quiz vorab. Hier sehen wir einen neu gebauten Bahnhof. Ein kleiner Tipp hier, das ist ein Güterbahnhof. Ihr dürft mal kurz für euch selber raten, welcher Bahnhof das ist. Genau, Wanne-Eikel hier mit dem Güterbereich Wanne-Eikel-Güterbahnhof, wo ich noch dabei bin zu basteln. Aber Wanne-Eikel-Hauptbahnhof haben wir mal in dem Stream vollendet. Das hat auch den Zuschauern anscheinend sehr viel Spaß gemacht. Sie haben einiges dazugelernt. Beispielsweise wie ich immer hier meine Abstände einstelle oder des Weiteren wie man Bahnhofsvorfelder kreiert. Diese Bahnsteig-Assets kannten auch noch nicht viele. Oder besser gesagt, einige kannten es noch nicht. Sagt man es andersrum. Aber ja, das ist Wanne-Eikel-Hauptbahnhof. Auch hier mit diesem V-Ausschnitt hier in der Mitte. Genau. Die Flying Junction muss glaube ich noch umgesetzt werden. Aber ansonsten wurde alles ab dieser Brücke hier. Diesmal provisorisch reingesetzt, damit ich Blade drücken kann. Die kommt noch ein bisschen tiefer und glaube ein bisschen versetzt. Auch diese Schienenstrecke hier muss noch ein bisschen angepasst werden. Aber ja, hier einige, einige sehr viele Doppelkreuzweichen drin. Dann hier die Einführung in die, ähm, in die Einfahrgruppe. Dann hätten wir hier einen Ablaufberg drin. Hätten hier den nördlichen Güterbereich. Dann wäre hier der südliche Güterbereich. Der wäre, der wäre, der wäre nochmal ein Ablaufberg. Aber das können wir leider, ja, leider, leider nicht simulieren. Oder sonst irgendwie darstellen. Das tut mir immer noch furchtbar leid. Wenn, ich würde das so gern machen, aber es geht einfach nicht. Man kann es nicht machen. Pfff, ich, ich hab, wie gesagt, bislang noch überhaupt keine Lösung oder irgendeinen Lösungsansatz, wie man das regeln könnte. Dann hier oben, äh, Gelsenkirchen Zoo wurde, äh, umgebaut. Hier haben wir einen sehr kleinen Bahnsteig drin, der in Wirklichkeit aus sich so ist. Hier oben haben wir, äh, Gelsenkirchen Zoo Güterbahnhof. Ähm, ja, hier ein bisschen die Trasse angepasst, so wie sie auch in der Realität ist. Dann hätten wir hier noch einen Abzweig Richtung Gelsenkirchenhorst Nord. Ähm, der wird dann irgendwann später noch gemacht, denn, äh, ich möchte aktuell nur die ganzen Hauptstrecken mal fertig haben und die ganzen Güteranbindungen kommen dann später, wenn's ans Ausdekorieren geht. Genau, was wurde denn noch gemacht? Äh, Moment, ich bin grad selber etwas verwirrt. Genau, ich kann dir mal sagen, an was ich grad arbeite. Und zwar, es war ja eines der ersten Videos, das Timelapse des Essener Hauptbahnhofs, wer's noch kennt. Und es ist tatsächlich so, der Essener Hauptbahnhof gefällt mir nicht mehr. Es ist, äh, ihr könnt jetzt den Kopf schütteln oder sonst irgendwas. Ähm, er ist halt nicht realitätsgetreu, denn es fehlte Gleis 5. Ähm, hier, das ist das kleine Stumpfgleis hier mittendrin. Ja, was, äh, soll ich da viel dazu sagen? Also, normalerweise war's ja bei mir bislang so, dass die Fernzüge hier einfach durchfahren konnten. Aber, ähm, bei mir wird's jetzt so sein, die Fernzüge, die in Doppeltraktion fahren. Also, ich glaub, ich hab hier zur Verfügung 360 Metern. Also, von der Weiche hier, hier ist ne Weiche später. Ab der Weiche bis Ende Bahnsteig hab ich, glaub, ne Verfügung von 360 Metern beim unteren und beim oberen natürlich voll. Also, da kann ich von, von der Spitze bis zu der Spitze hier voll, äh, voll reinpacken. Deshalb werden ab sofort an dem oberen die Doppeltraktionen ICEs halten und, äh, dann halt verteilt Intercities, Regios auf den anderen. Ist ja logisch. Deshalb wurde auch die, äh, die östliche Ausfahrt etwas, äh, etwas angepasst. Damit das natürlich auch schön aussieht, damit die Gleise nebeneinander liegen. Aber es, es war nicht wirklich groß, ähm, das hab ich gestern angefangen und, ähm, wäre das wahrscheinlich jetzt noch heute und, also heute für mich Freitag und, äh, im Laufe der, oder Anfang nächster Woche. Das wird wahrscheinlich Sonntagabend oder am Montag noch sein, wo ich den fertig baue. Ähm, ich würde sogar sagen, dass ich die unteren Bahnsteige hier als Bahnhof lasse. Nur der obere Teil hat mir hier nicht so gefallen. Dann hab ich hier Wuppertal-Langerfeld fertiggestellt. Weil das ist, äh, ein Güterumschlagsbahnhof mit, äh, eigentlich nur einem Portalkran, der von vorne nach hinten fährt. Aber, ähm, die Schienen sind leider nur so kurz. Es wäre, das kann ich mir eigentlich mal überlegen, dass ich mir ein Model mache, nur mit den Schienen, ähm, und den Portalkran weglasse. Weil es sieht halt schon ein bisschen krass aus, wenn hier fünf Portalkräne stehen. Ähm, muss ich mir, muss ich mir mal überlegen, was da, was da sinnvoll ist. Ähm, aber auf jeden Fall, das ist, ähm, Wuppertal-Langerfeld, das wurde, oder da, da fährt auch aktuell schon eine Güterzuglinie hin. Und, äh, ich finde, es ist mir sehr gut gelungen. Hier oben fehlt natürlich noch, äh, einerseits die Straßenanbindung, die in der Mitte ist. Und ganz oben sind nochmal fünf, fünf Abstellgleise, ähm, die sind aber bislang noch uninteressant. Denn, ähm, wie gesagt, das ist sowas ähnliches wie eine Güteranbindung, die wird dann kommen, wenn es ans Ausdekorieren kommt. Dann, Wuppertal-Hauptbahnhof wurde umgebaut. Ähm, wer sich daran erinnert, da war früher ein komplett gekurvter, ähm, Bahnhof. Es ist aber, wie gesagt, nicht die Realität. Ich möchte ja hier die Realität nachbauen. Und, äh, so sieht nun mal die Realität des Wuppertaler Hauptbahnhofs aus. Das heißt, ich musste natürlich auch so nachbauen. Äh, da führt kein Punkt und kein Komma dran vorbei. Hier fehlt noch ein Signal an der Brücke. Ähm, habe ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Aber, ja, wie ihr seht, ich habe jetzt hier auch ein bisschen mehr Spielraum. Ich habe hier Längen, glaube ich, von 420 Metern. Das heißt, ich kann den Zug mal ein bisschen weiter vorne, ein bisschen weiter hinten halten lassen. Das ist absolut kein Problem. Okay, ja, bloß damit ihr kurz informiert seid, ich bin gerade überall dabei an den Kartenrentern, ähm, riesige Schattenbahnhöfe zu bauen mit, äh, zwei oder mit ein bis drei Spitzkehren pro Gleis, wo ich den Zug halten lassen kann, damit ich Verkehr von der Schiene runter bekomme. Ja, das ist mir gerade sehr wichtig, ähm, denn es staut sich, es staut sich mir viel zu viel auf den Schienen. Ähm, vor allem, wenn ich da mir so überlege, so ein S-Bahn-Takt von 5 Minuten, ist eigentlich total unrealistisch. Eigentlich müsste ich sogar nur eine S-Bahn, ähm, oder sagen wir mal maximal zwei S-Bahnen pro Linie draufsetzen, damit ich so einigermaßen den realen Takt hätte. Okay, und so war es nun mal auch bei den ICEs und bei den Fernzügen. Ich habe alle Fernzüge reduziert auf Einzug, früher waren es ja zwei Züge, wisst ihr ja bestimmt noch. Ähm, bei den Regios habe ich es mal noch so gelassen und, ähm, ich bin mittlerweile eigentlich, nicht wundern, ich bin da, äh, gerade am Umbauen von Essen, deshalb sieht es auch so aus. Ähm, wir können das ja mal umdrehen. Aber wenn wir jetzt hier mal gucken, ja, die ICEs, die haben, oder auch die Fernzüge haben mittlerweile wirklich einen Takt von knapp einer Stunde. Ähm, das liegt einfach daran, weil die teilweise ja hier dann 20 Minuten in diesem Schattenbahnhof da unten parken, damit die, damit mir die Map nicht so voll läuft. Und, äh, das war mir sehr wichtig und das baue ich gerade aktuell, ähm, überall an jedem, an jeder Ecke, ja, hier seht ihr das, hier brauche ich es nicht wirklich, weil hier hält nur die S-Bahn. Hier brauche ich halt wirklich so viele Gleise, weil hier fahren, glaube ich, 16 Linien entlang. Ähm, ich habe ja teilweise auch Linien doppelt drin, wie ihr hier seht, äh, zum Beispiel, ich habe ja zwei IC-30 zum Beispiel, zwei IC-31 und so weiter und so weiter, weil das einfach andere Ziele sind, ein anderer, äh, Streckenverlauf das dann ist. Deshalb habe ich teilweise mehrere Linien, ähm, mit der gleichen Bezeichnung. Auch wie ihr hier seht, einmal hier Aachen Hauptbahnhof nach Dresden und einmal Berlin, äh, Ostbahnhof nach Köln. Das sind natürlich zwei total unterschiedliche Streckenwege. Ja, das war's mal wieder mit der Übersicht. Das sieht schon ziemlich voll aus hier, vor allem Hagen. Ja, ja, bei Essen bin ich, wie gesagt, gerade dabei. Das werdet ihr dann im nächsten Übersichtsvideo sehen. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Genießt es. Bis dahin. Ciao.